Die Sau, da ist noch einer, warm, weck die Sau Der Feind hat Bravo eingenommen Ja, deine Mama hat auch Bravo eingenommen, ey, pass mal auf Unten Nein! Ich komm die Treppe hoch! C wird gesichert Was hab ich denn gerade? 10,5? Ma, voll mies, ey Ja, sicher, ey, mit so einer Pestwaffe, aber was willst du von mir? Spasse mal, look, ey, hier, komm, geh drauf, du Mongo Spraytime ist jetzt mal angesagt Ach, komm, weck mich am Arsch! Das, du, Fickgesicht! Ja, komm, messer mich, du kleiner Wichser, ey Fick deinen Arsch Ich fick deinen Arsch, Junge Ja! Nein, geh ich dazu! Ach, komm, ey, was ist das? Ach, komm, ey, komm mir nicht hinterher, du kleiner Popo-Grabscher hier Das hättest du ja wohl so gerne gehabt, ey Ach, komm, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Den Fick ich jetzt von hinten, den dummen Wichser Wenn du mir nicht auf die Eier gehen würdest Ach, komm, ey, weißt du, du machst nix anderes, ey Ich hoffe, deine Mutter fickt dich von hinten, ey Warte noch Hast du dich hier oben reingestellt, du keine Ahnung? Da ist das Magazin leer, ey Oh, das kann nicht wahr sein Vergesst, Junge Nicht mit mir, nicht mit Papa Schlumpf hier Ja, das hörst du an der Waffe schon, dass das der dumme Mongo ist Weil er dann nur am rumkäppen ist Fick dich! Ach, komm, ey Dieser Stealth war, den Fick ich in seinen scheiß engen Arsch, ey Der geht mir so oft die Eier mit seinem Rumrick Camper Durch die Gegend Nein! Ah, da hab ich ihn geplättet, ey Mit der Granate, Junge Mit der Nate Warte, der Stealth sitzt da oben drin Ich seh nix mehr Na toll, ey Uh, ich messe an geflashten Gegner Jetzt fühle ich mich voll cool und so Hallo, 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 hallo Alles, wir böschen jetzt hier alles weg, ja Hier Nein! Uh, ich schnack dir mit meiner Sniper weg, Mama Ja, ich kann nix, Mama So, komm, mehr Opfer 30, 6 Haha, 30, 6 Ja, so, ne, ganz, das gehört sich das Ja, heute ist mal eine gute Runde Ich sag an euch, Leute Heute ist gut Heute Kommt alles durch den Energy Drink Oh, Alter, voll am Buckeln hier Bumm-Buller, Mama So, alle, die jetzt wieder schreien hier Ha, die hat nen Aim-Bot, Mama Nein, Junge Ich hab einfach Reflexe wie ne Katze Hauptquartier eingebaut Achtung Feindliche Truppen haben das Hauptquartier zerstört Ja, ja, dann haben wir auch das Hauptquartier zerstört, ey Mit ihrem decken Arsch Jetzt gehen wir erstmal hin und stellen unser geilen Mikrowellen-Kack dahin Komm, gib mir mehr, Mama Bei, ähm, Hauptquartier noch ne zweite Runde Ich bin Peter, ich muss jetzt spammen, Mama Komm, ey, Peter, pass auf, ich geb dir voll an auf Small, wenn du jetzt nicht aufhörst zu spammen Ja, Aufnahme Oh, was für Mongos, ey Ohne Scheiß, edit die einfach alle bei Steam Geht denen richtig auf die Eier Ja, so, 38,8 4.600 Punkte Wir sind zwar nicht bester, aber egal War trotzdem gut Na komm Da haben wir noch einen von hinten hier Da haben wir auch noch einen Nein, keine Tür Ich bin in die Wand gelaufen, Mama Während sich alle auf einen Punkt konzentrieren Mag ich dann gerne Röte am Arsch zu gehen Zum Beispiel wie den, der einfach reinrennt, ja Und ich denke, der war der geilste Und mich voll wegknallt Was, ja, und guck mal, wie der schießt, ey Wie so ein Vollspaßdienst Komm jetzt von hinten, oder? Ach, fuck, ey Scheiß geflashte Kacke hier Ja, ich weiß, ich bin nur am Flame, aber ist mir egal Ist mir egal, Mama Das darf doch nicht wahr sein, dass ich den nicht gekickt kriege Ja, ich bin Mist, aber man kriegt's nicht geschissen Ach, Mann, ey Ich bin Sniper Dann ist der gleiche, der steht Wahrscheinlich irgendwie die ganze Zeit da Oh, Mama Scheiße Ach, ja sicher Ich muss messern, Mama Nein, ich wollte sie beide haben Jawohl, drei Leute Und jetzt bin ich draufgegangen, weil ich nichts mehr gesehen habe Jawohl, wir haben auch noch einen mitgenommen Komm, da kommt einer willvolle Oh, ich will um die Ecke jumpen, aber bin zu dumm dafür, Mama Oh, ja, du kleine Nutze Boah, du bist so ein scheiß Camper da hinten, ey Geh drauf, du Arsch Komm, wir haben doch noch einen Der wohnen, alter Geh drauf, D36 Wie, der wohnen, alter Wie, der wohnen, alter Nies, alter Was, der wohnen, alter Der wohnen, alter Der wohnen, alter Wie, der wohnen, alter absoluter Bullshit erzählt. Jeder, der dieses Video nicht lustig findet, verachtet oder ähnliches stinkt hart nach Magie. Viel Spaß, euer Bram. Scheiß, wieder mein Y-Problem, ey. Bist du in der Aufnahme sehen. Haha. Mann, ey, zum Kotzen, was hier abgeht. Ich hab schon Pille, ey, das ist doch peinlich. So, bam, bam, hier. Wo sind die ganzen Flixer? Ach, komm am Arsch, ey. Alles scheiß Camper. Aber die hier finde ich echt... Boah, fick dich doch mit deinem scheiß Messer, ey. Schiebst du in deinen Arsch. Hehehehe. Mama. Ich denke, dass ich immer das scheiß Snap-On-Geschance hab. Nein. Boah, ich muss schieben. Wat für Nutten, ey. Ohne Scheiß, äh, Spaß, wollte ich sagen. Ohne Scheiß und Spaß, wollte ich sagen. Ah, bam, Junge, den hab ich auch noch erwischt. Haha. So. Jetzt bin ich im, jetzt bin ich im Blutrausch, ey. Nein. Ah. Boah, diese Scheiß-Tuber, weil das ist einfach, wirklich, Tuber haben mit die kleinsten Pimmel auf diesem Planeten, wa? Weißt du, noch kleiner. Maaane. Pimmeliger Mongo, wa? Nichts kannst du. Dicken Header kriegst du von mir, auch wenn es keiner war. Haha. Ja, durch die Wand auch, du kleiner Mongo. Ah, ich kann nix. Hui. Oh, scheiße. Nein. Leck mich. Ähm, Arschloch. Uh. Aha. So. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo. Ja. Hallo. 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 Oh, Nitz. Bist du Schweizer? Boah. Nein, Deutscher. Boah, Schnauze, kein Bock, nicht reden zu hören. Geht mir voll auf die Eier. Die reden wahrscheinlich auch gleich während des Zockens die ganze Zeit, ey. Muss ich mir wirklich nicht geben. Bist du Deutscher? Ey, bist du, bist du, bist du, bist du? Oh, was hat er da gesagt? Österreicher, Schweizer? Keine Ahnung. Ich bin Deutscher, Mama. Wenn jetzt irgendjemand dazu gucken sollte, der das von euch beiden war, ja, dann... Ihr seid nervig. Quatsch. Ach, ja. Ach, komm, ey, wir halten da einfach so rein. Nein! T4! Ach, komm, ey, jetzt scheiß Sprayer, alles Sprayer, alles Motherfucker hier. Mofolke! Jawoll, boah, habt ihr den Kill gesehen? In den Lauf geschossen, ja? Voll Hardcore und so. Wuhu! Meins! Ja, haha, 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 ich mecker rum, Mama. Ja, musst du schneller sein, Junge. Bam! Nein! Kommt den Nuttenköpfchen, ey. Zeigt euch. Mach mich platt. Ja, komm, ich hab den doch getroffen, ey! Nein! Nein! Gott, war das schlecht, ey! Du Fick-Gesicht! Jaaaa! Du Fick-Gesicht! Jaaaa! Das ist mir egal. Genauso wie den Leuten campen mir egal ist, ja? Man muss die Leute mit den eigenen nervigen Mitteln schlagen. Nerv gegen Nerv, Junge. Die Leute hier, ey. Alles scheiß Camper! Nein! Ich hab doch geschossen! Boah, ich bin mit diesem, mit diesem komischen ballistischen Messer so schlecht, ne? Ich benutze das auch irgendwie nie. Das ist ja, vor allem wenn die sich so hin und her bewegen, komm, scheiß drauf, ey. Hier, wo ist meine PD? Okay, wenn wir mal Single-Shot-Waffe hier nehmen. Okay, scheiß auf Single-Shot-Waffe. Wir nehmen mal jetzt wieder PDB-Power, ey. Was ist das denn? 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 Warte, du bist da denn unten? Ah! Ah! Ich hab vorhin gegen meine Lampe geschlagen! Ah! Oh, ey. Da bin ich froh, dass ich nicht gegen diese abgesprungene Kante geschlagen hab, weil da ist nämlich scharfes Glas, wo der nicht mir vor den Finger jetzt mit abgesäbelt. Oh! Ist aber auch echt scheiße, ey! Mann, guck dir das denn mal an, was haben die denn für ein Aiming heute? Ja, sicher, guck dir das! Ich hatte volles Life, ey! Was ist denn das für ein scheiß Hacker, Alter? Abschuss verwehrt! Mann, ihr bist für abgefuckte Wichser! Und du kannst echt nichts anderes, du scheiß Kind, ey! Das ist wieder der gleiche gewesen, oder? Mann, ey! Man sollte solche Camper echt bannen, Alter! Ohne Witz vom gesamten Spiel, weißt du? Wenn die mehr als irgendwie 10 Sekunden sich im gleichen 2 Quadratmeterraum aufgehalten haben, muss irgendwann der Account gesperrt werden! Ey, das ist doch echt zum Kotzen, sowas! Weißt du, hier, friss meine Eier, du Wichser! Weißt du, schön geschmeidig in deinen Mund rein, ey! Bam, bam! So! Du bist so ein scheiß Camper, ey! Mann, ich will jetzt den Scharfschützen holen, geh mir nicht auf die Eier! So, dann fick ich jetzt den kleinen Wichser! Das ist doch ein Scherz! Ah! Da hab ich meine Webcam wieder weggeschmissen! Hahaha! Best of Pete's Meat kann süchtig machen! In den nachfolgenden Videos wird euch von bis zu 6 geilen Schnittchen absoluter Bullshit erzählt! Jeder, der dieses Video nicht lustig findet, verachtet oder ähnliches stinkt hart nach Maggi! Viel Spaß! Euer Brad!